Yo, moin YouTube, mein Name ist Flaci und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das erste DLC von Black Ops 3 ist draußen, es trägt den Namen Awakening und wir haben ja die Map Skyjack bekommen, welcher ein Reboot von der Map Hijacked ist. Und ihr kennt wahrscheinlich den Weg hier, den man auch in den Trailern gesehen hat, wo man von der Seite aus das Schiff umlaufen kann. Es gibt aber noch einen geheimen Trick, den zeige ich euch jetzt gerade hier. Man kann nämlich von der anderen Seite auch einmal komplett außen rumlaufen, das weiß fast noch gar keiner. Darauf ist zu achten, dass man nicht zu weit läuft, weil wenn man die Turbine erreicht, dann wird man mit dem Schub vom Schiff weggezogen und stirbt. Hier nochmal aus der First Person Ansicht, also man springt einfach an der Seite rum und man kann so das ganze Schiff umlaufen und so direkt nach dem Spawn mehrere Gegner aus dem Spawn wegholen. Ich finde, es ist eine ziemlich effektive Methode und ja, die wollte ich euch nochmal kurz hier mitteilen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein!